Du willst deinen Rücken befreien und dabei deinen Schultern auch noch was Gutes tun? Dafür brauchst du nur eine clevere Übung und die zeige ich dir jetzt. So, die Übung, die ich gleich zeigen werde, ist eine Hanging-Variante, eine Variante des Hängens, die wir noch nie auf dem Kanal gezeigt haben. Aber wir haben natürlich schon das Hängen sehr, sehr oft euch ans Herz gelegt. Zuletzt in dem Video die drei Top-Mobility-Übungen. Das poppt hier oben über die Infokarte nochmal auf und wird unten im Kommentar nochmal angepinnt. Und dort werden einfach die Grundlagen des Hängens nochmal erklärt. Das Hängen ist einfach pure Magie. Es ist eine extrem einfache Art und Weise, den Rücken zu pflegen, die Schultern zu pflegen. Und es ist unsere Natur. Nahrungssuche im Baumklettern war für uns früher überlebensnotwendig. Ist es heute nicht mehr. Deswegen ist es komplett aus dem Alltag von uns Menschen rausgelöscht. Mit ein paar rühmlichen Ausnahmen, die da klettern gehen. Aber es bleibt unsere Natur und es bleibt extrem wichtig, nur wenn wir uns über Kopf regelmäßig festhalten, der Schulter Platz geben, die Wirbelsäule entlasten, die ja, wenn wir stehen, gehen, laufen, sitzen, immer komprimiert ist. Und wenn wir Hängen eben komplett auseinandergezogen wird, nur wenn wir das machen, können wir schmerzfrei durchs Leben spazieren und mit einer guten Performance unterwegs sein. Und deshalb kommt jetzt ein weiterer wertvoller Baustein in diese Richtung. So, was ich dir jetzt zeige, ist der sogenannte Igelheng, der Adlerhang, einfach weil die Handposition so ein bisschen aussieht wie so eine Adlerkralle, wenn der sich am Ast festhebt. Gut, und zwar erstmal in der Variante Hafigel, halber Adler und assistiert. Ich stehe auf unserem schönen Paliochair, der nicht nur das einzig gesunde Sitzmöbel am Markt ist, auf dem man während des Arbeitens fit und beweglich wird, sondern auch einfach ein super Trainingsgerät. So, und zwar, ich greife jetzt mal mit der linken Hand regulär im sogenannten Brunationsgriff oder auch Rissgriff genannt, Daumen schön drumherum und mit meiner rechten Hand greife ich im Adlergriff. Dafür drehe ich meinen Arm ein und um und jetzt ist mein Daumen außen und mein Handrücken ist vorne. Und wenn du das zum allerersten Mal machst, bitte tu es mit der gebotenen Vorsicht und Sorgfalt, beug leicht deine Knie ein und guck mal, was deine Schulter dazu meint, ob sie die Last nehmen kann. Wenn du ein bisschen weiter rausgehst, wird es ein bisschen leichter für die Schulter. Wenn du wirklich mit der Hand über die Schulter gehen willst, wird es schwerer. So, und wenn das gut geht, dann kannst du natürlich auch unter Volllast hängen, dabei immer gerne ein bisschen Po-Spannung, Bauch rein, sodass du nicht im Hohlkreuz hängst und kannst dort Zeit verbringen. Die Wirbelsäule entlasten, dich schön ausrichten lassen von der Schwerkraft und eben die Schulter öffnen, offene, spezielle Art und Weise. Die Schulter kriegt hier mal einen anderen Winkel und du schaffst einfach Platz. All die Leute, die hier die Diagnose Schulter-Impingement haben, die die Schulter vorne hängen haben und da die Super-Spinat-Szene die ganze Zeit Reibung bekommt, für die ist das super, super wertvoll. Aber vielleicht muss man auch erstmal mit einem normalen Hang anfangen. So, das gleiche dann auf der anderen Seite und wenn du fortgeschritten bist mit diesem halben Adler, dann kannst du natürlich auch beide Hände in diese Position bringen. Auch hier gilt wieder, breiter ist leichter, schmaler ist schwerer, hänge am Anfang assistiert, also nicht unter Volllast und dann gerne auch unter Volllast. Du solltest immer eine Minute verbringen können, also wenn du auf Volllast hängst, aber nach 10 Sekunden Schluss, dann ist es Kokolores, dann lieber erstmal ein bisschen Gewicht in den Boden hineingeben. Wenn du keine Möglichkeit bis jetzt hast zu hängen, dann schaff dir unbedingt eine. Da werde ich auch eine ganz einfache Variante mal unten verlinken für den Türrahmen. Und, Spoiler-Alarm, wir werden bald auch unsere eigene schicke Hang-In-Möglichkeit, so nenne ich es jetzt mal, noch nicht zu viel verraten, herausbringen. Vielleicht, wenn du das Video jetzt schaust, ist sie vielleicht schon da und auch unten mit verlinkt. Wenn du jemand der frühen Stunde bist und die Videos immer sofort anschaust, dann ist sie noch nicht da. So, jetzt freue ich mich natürlich über Feedback, dafür musst du es jetzt erstmal ausprobieren, über ein Däumchen nach oben. Und grundsätzlich, wenn du systematisch in die Welt des Hängens eingeführt werden willst, dann ist der erste beste Schritt unserem Mobility-Programm für Anfänger, was ja auch Schritt 1 unseres Systems hin zu einem lebenslangen, schmerzfreien, starken und beweglichen Körper ist. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.